Musik Was geht ab Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie versprochen kommt jetzt wieder Content von mir. Ihr habt am Anfang so ein bisschen Einschnitte bzw. Ausschnitte von meiner Ernährung gesehen, was ich so esse als Vegetarier. Das habe ich euch so ein bisschen eingeblendet, aber dazu werde ich auf jeden Fall nochmal ein einzelnes Video machen, um ein bisschen näher zu sagen. Hier gleich erstmal schön rücken und hintere Schulter trainieren. Keine Energy gibt es vorher und Zitrogen habe ich schon drin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war mein Rückentraining. Ich habe ja gesagt, ich trainiere rücken und hintere Schulter im letzten Video. Ich mache zur Zeit ein Vieratbild und darauf wollte ich einfach nochmal eingehen, weil viele einfach so einfach nicht sicher sind, was für ein Split am besten ist. Oder wie oft man am besten trainieren gehen sollte und so weiter und so fort. Da wollte ich ganz kurz meine Meinung dazu sagen und wie ich es für mich am besten empfunden habe und wie ich es eigentlich auch anderen Leuten empfehlen kann. Und zwar gehen wir einfach mal von dem Wochenstart Montag aus und gehen wir einfach vom Trainingstag 1 Brust und Bizeps aus. Bei mir, da würde ich einfach Brust und Bizeps trainieren, Rücken und hintere Schulter würde ich dann am Dizek trainieren, am Mittwoch fliege dann am Schulter und Trizeps und dann wären Beine dran am Donnerstag. Und dann sind ja vier Tage durch. Da habe ich dann die Möglichkeit entweder ein Rest Day zu machen oder durchzugehen. Und da ist halt das Thema oder das Ding, da gucke ich auf meinen Körper, da höre ich auf meinen Körper, habe ich Bock oder fühle ich mich fit für ein weiteres Training. Dann gehe ich am Freitag nochmal und mache Brust und Bizeps. Fühle ich mich nicht so fit, mache ich einfach ein Rest Day. Aber vorneweg muss man auch sagen, man muss natürlich auch gucken, wie es einem am besten passt. Das heißt, viele haben halt nicht die Zeit, jeden Tag trainieren zu gehen oder haben einfach gar keinen Bock, jeden Tag trainieren zu gehen, sondern wollen halt wirklich nur viermal die Woche trainieren gehen. Dann würde ich aber auch keinen Vierersplit empfehlen, sondern würde ich einen anderen Split empfehlen. Zum Beispiel Oberkörper, Unterkörper oder so, dass man dann sozusagen Montag und Dienstag Oberkörper und dann Unterkörper macht und dann, keine Ahnung, Donnerstag, Freitag dann nochmal Oberkörper und Unterkörper. Als Beispiel nur. Wo ich angefangen habe, habe ich einen Dreiersplit gemacht, allerdings einen Dreiersplit, diesen ganz klassischen Dreiersplit, also was heißt klassisch, also so fand ich das eigentlich nur Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps und Beine und Schulter, habe ich dann immer trainiert. Und das nur, also Montag, Mittwoch, Freitag und dann wieder Montag, Mittwoch, Freitag. Das heißt, ich hatte immer extrem lange Pausen zwischen den Atemmuskelgruppen und das würde ich jetzt heute zum Beispiel komplett anders machen. Ich würde ganz anders trainieren. Ich würde zum Beispiel, wenn ich nur dreimal die Woche trainieren gehen würde, würde ich einen Ganzkörperplan machen, weil das einfach am besten funktioniert. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, warum Leute immer so eine riesen Wissenschaft daraus machen, wenn die anfangen wollen zu trainieren oder sonst was. Die machen sich so einen riesen Kopf um das Training oder um den Trainingsplan, dass die dann einfach im Endeffekt gar nicht trainieren. So, deshalb würde ich sagen, trainiert lieber so, wie ihr Bock habt, also wie es euch Bock macht, weil dann habt ihr mehr Motivation und ihr zieht einfach mehr durch, als wenn ihr dann einen Plan habt, der euch gar keinen Bock macht und ihr dann so einfach halbherzig ins Training geht oder vielleicht mal ein Training ausfallen lasst, weil ihr sagt, ich habe eh keinen Bock, dann würde ich lieber so trainieren, wo ich weniger Erfolge mache, aber dafür halt mehr Bock habe und das halt mehr durchziehe. Das ist mir halt ziemlich oft aufgefallen, dass immer Leute so unsicher sind oder nicht wissen, so, ja, wie gehe ich am besten trainieren oder so, oder lohnt sich das überhaupt, so und so einen Plan zu machen oder so einen Trainingsplan zu machen oder sonst was. Dann denke ich mir so, okay, ist klar, man hat halt keinen Plan am Anfang vielleicht oder man hört so viele verschiedene Sachen. Es gibt ja tausend verschiedene Splits und Varianten, wie man trainieren kann, aber man muss, wie gesagt, für sich einfach entdecken, was am besten, was am meisten Spaß macht, wo man die meisten Motivation hat und wo man auch, ja, einigermaßen ganz gute Erfolge erzielen kann. Und auch natürlich, dass es in seinen Zeitplan passt, so, wenn man nur viermal die Woche trainieren geht, wie gesagt, oder wenn man fünf Tage trainieren gehen kann. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass der perfekte Kompromiss zwischen Spaß im Training und der beste Erfolg, für mich der Push, Pull und Leg Plan, also alle drückenden Muskeln, alle ziehenden Muskeln und Beine, war für mich immer am besten, das habe ich dann sechsmal die Woche gemacht, also Montag bis Samstag, Sonntag immer ein Restday oder Cardio oder sonst was, und dann halt Montag wieder gestartet. Also das war für mich immer der perfekte Plan, sozusagen, der mich halt motiviert hat oder der mir Bock gemacht hat und natürlich auch den besten Erfolg, weil ich dann sozusagen zweimal jede Muskelgruppe in der Woche trainiert habe. Ihr könnt mir ja an dieser Stelle in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Trainingsplan zurzeit macht oder womit ihr am besten erfolgt. Ich glaube, so Push, Pull, Legs ist, glaube ich, der beliebteste Plan, aber viele machen dann Push, Pull, Legs und machen dann dreimal die Woche, also die gehen dann Montag machen Push, Mittwoch machen die Pull und Freitag machen die Legs. Und das geht zwar auch, wie gesagt, wie wir am Anfang gesagt, so für die Motivation, aber es ist halt nicht der effektivste Plan. Da würde ich zum Beispiel, wie gesagt, einen Ganzkörperplan oder so machen an der Stelle, aber wenn Ganzkörper keinen Bock macht, dann mache ich halt lieber den Push, Pull und Legs Plan, weil dann gehe ich wenigstens trainieren und ziehe halt mein Training auch durch, so ganz stumpf gesagt. Ja, und dadurch, dass ich keine festen Tage habe, wie gesagt, fällt bei mir zum Beispiel ein Brusttag an... Ja, und dadurch, dass ich keine festen Tage habe, fällt bei mir zum Beispiel auch mal ein Brusttag an Dienstag oder an Mittwoch, weil es ist ja immer so ein bisschen verschiebt. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr verstanden habt, wie ich das meine. Man soll sich da nicht so verrückt machen, weil ich echt oft höre oder halt auch schon gesehen habe, dass viele sich so verrückt machen. Ja, ey, ich muss jetzt unbedingt gucken, ich mache jetzt meine Brust, ich trainiere jetzt meine Brust, ich trainiere in drei Tagen wieder Brust und mache ich jetzt so und so viele Übungen, mache ich jetzt so und so viele. Das ist halt voll nervig so. Ich würde mich halt gar nicht so verrückt machen. Ich würde einfach im Training hart trainieren, alles geben und dann einfach die nächste Einheit gucken, okay, fühle ich mich gut, fühle ich mich nicht gut, mache ich einen Restday oder ziehe ich halt nochmal mein Training durch, mache mein Training, so mache ich es meistens. Und ich finde, dass es halt auch, es funktioniert halt mega gut. Man kann natürlich auch seinen strikten Plan machen, den man immer durchzieht, egal wie es einem geht. Man muss halt einfach gucken, da muss man halt alles anpassen. Da muss man gucken, wie viel Volumen, wie viel Intensität und das ist mir dann viel zu wissenschaftlich. Da bin ich ehrlich, da gehöre ich lieber auf meinen Körper, weil das einfach im Endeffekt für mich mehr Sinn macht, wenn man einfach mehr auf seinen Körper hört und nicht nur, weil es auf dem Papier steht. Okay, ja okay, da muss ich jetzt drei Sätze machen und da muss ich 4,5 Sätze machen mit 3,6, 7 Wiederholungen. Das ist halt Bullshit so für mich. Ich würde halt einfach gucken, so ey, ich mach, wenn ich Bock habe, mache ich vier Sätze. Wenn ich Bock habe, mache ich fünf Sätze und mach, anstatt 90 Kilo mache ich 100 Kilo, so als Beispiel. Da muss man halt, wie gesagt, auf meinen Körper hören, jeder Körper ist anders. Und das ist auch gut so und damit würde ich das Video eigentlich auch schon beenden. Das sollte halt eigentlich so ein kleines, ja so ein Trainingsvideo, wie gesagt, also nicht Trainingsvideo, sondern so ein Trainingsplanvideo werden, so, weil ich irgendwie, keine Ahnung, das Bedürfnis hatte, das mit euch mitzuteilen. Und ja, wie gesagt, viele haben mal gefragt, so vegetarisch und wie kriege ich denn überhaupt meine Eiweiß rein? Kriege ich überhaupt genug Eiweiß rein? Und ja, ich habe genug Eiweiß, ich werde euch auf jeden Fall ein Quality of Eating machen mit Kalorienangaben, mit Makroverteilung und so weiter und so fort. Ja, lassen wir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da unten, einen netten Kommentar. Und wie gesagt, denkt man, schreibt in die Kommentare, wie euer Split ist oder welcher Split für euch am besten funktioniert oder euch am meisten Spaß macht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein, wenn es wieder heißt, Amir bringt ein neues Video. Haut rein, schönen Sontergaben, bis zum nächsten Video.